Wenn man selber nur rauskriegt mit dem Peter, wenn man selbst da rauskriegt, dann weiß man was los ist. Das soll ja nicht schnell nach vorne kommen, weil das macht ja nicht. Ich glaube, der... Nein, das wird nur ein paar Tage. Und das wird auch nicht. Ja, aber gut. Nein, der hat nicht. Das heißt auch hinter seinen Arbeitsgebern, dass das automatisch unter den Arbeitgeber befindet. Ich denke, das wird. Stimmung, aber lieber kann man nicht machen. Also die Rüsten kann man auch sagen, die kann er klagen, eben die Arbeit. Wenn das eine Null geht, das trüft sich herum. Schön. Hör doch, hör doch. Das trüft sich herum, wenn es auch ein Mitgliederversammlung nachgeht. Ja, klar, macht nur den Ärger. Vielen Dank.